You can have adventure, whoever you are, wherever you live, you don't need much time, you don't need much money, and that's wherever you live. Zeit für neue Abenteuer bei Belly on the Move, dem Weiseblock mit Bauchgefühl. Auf der Outdoor-Messe habe ich ja den Erfinder und den Botschafter des Konzepts des Micro-Adventures interviewen können, nämlich Alastair Humphreys, den Link dazu, den schreibe ich euch in die Beschreibung rein. Es ist ein ganz nettes kleines Interview geworden und ich bin natürlich total begeistert von diesem Konzept Micro-Adventure. Kurz mal rausgehen, was machen und bin dann auf die Firma OMM gestoßen. In den USA, wir wollten eine Räste testen Menschen in den Mountainsen, so wir senden die Kompetitors in den Mountainsen mit einem Map und sie haben zu finden verschiedene Checkpoints, und sie haben eine Tent, eine Schleppung, alles, was sie brauchen, als wenn sie in den Mountainsen gehen, und sie haben die Skills gebraucht, um das zu tun. Und dann, auf der Seite, die Kompetitors wollten ein Kit, das Licht ist, und es gibt ihnen die Protection sie brauchen, wenn sie in den Schottischen Highlands sind, und die Räne ist blowing sideways, sie brauchen die Protection, aber auch die Licht, so dass sie schnell gehen können. Und so das ist der Kit, das ist all designed für die Räste, das passiert jedes Oktober in den USA. Und jetzt, in September, wir machen den ersten Mal in Austria, das wird unser erstes Alpine Event. Wow! Ja, ja. Die UK Event starte in 1968, und wir haben 2,000 Runners, die kommen von all over the world, die kommen und compete in der Räste. Und dann, wir haben die Räste dann angefangen, in Japan, und die Japaner haben jetzt 2,000 Räste auf die Räste, und das Räste ist auf den Sloppen von Mt. Fuji. Und jetzt haben wir die Räste in Austria, wo wir sehen, dass wir es in Deutschland und die Räste in Deutschland sind. Wenn die Räste starte in 1968, die Kit, die da da war, war sehr, sehr, sehr heavy, und es war Canvas Bags, und die Kompetitors, das war nicht besonders gut für die Räste und die Kompetitors. So, wir starten Produktion Kit, das war sehr light, und das ist wo diese Räste, die wir hier haben, hat es all entwickelt von. So, das ist die Komleika, die Komleika Jacket. Es ist unser Nr. 1-Selling-Waterproof Jacket. Und was unique ist, dass es das Super Stretch Material ist. So, es ist ein Wetterproof, das hat 20,000 Hydrostatic Head und 18,000 MVTR, aber es gibt es super Flexibilität und Freude wenn du moving bist. So, wir wollten zu createen ein Jacket, das wirklich Flexible ist und gefühlt, und mehr als ein Base Layer, eher als ein Crunchy Shell. So, wir haben versucht, wie wir als viele Räste in die Räste als möglich sind. So, wir haben die Fabrik, wir haben alle die Panels, so dass die Fabrik strechen in die Weise wie man es braucht es. So, an der Back, wir können es strechen und es mit Ihnen. Und ein langes, an der Waiste, es auch, es strechen diese Weise. Die Seams und die Zips sind immer Stattig-Points. So, was wir haben, ist, wir haben die ersten, die Stretchen-Seams in die Jacket und die Tape auf den Back ist auch strechen. Die Zips sind auch in die Seams so dass es minimal, rigid-Points und viel movement in die Jacket gibt. Ja. So, ja, das ist, das ist, das ist neu für September, dieses Jahr. und es ist sehr großartig. Es ist komplett waterproof. Ja, ja. Aber es fühlt sich wie eine Softshell. Ja, ja. Wir haben eine Softshell-Feeling. Ja. Und, wie viele Gramm? Das sind 220 Gramm. 220 Gramm. Ja, ja. So, wir machen das in eine race-Smock-Version und auch ein Men's Jacket und auch ein Ladies Jacket. Mit dem Full Zipper? Ja, mit dem Full Zipper. Kannst du mir über die Backpacks erzählen? Ja, die Backpacks, wieder, sind alle für die Kompetitors mit der gleiche approach von Minimalist. So, das ist eine leitere Menge Weit. So, we strip off any unnecessary Features, aber ohne Funktion zu verlieren. So, es bleibt alles sehr light, aber sehr fokussiert auf racing und running für alle unsere User. Ja. Vielen Dank. Willkommen. und ein Laptop mit auf den Berg hoch schleppen, möchte ich schon gleich gar nicht. Das wird auch nochmal eine Herausforderung. Ich werde einen Tag früher anreisen, damit ich nicht nur den ganzen Tag auf der Autobahn bin, dann abends da hoch, Micro-Adventure erleben, sonntags wieder heimfahren, das ist mir einfach zu stressig. Also werde ich schon Freitag anreisen, die Zeit nutzen, um noch ein bisschen zu fotografieren. Dort ist es natürlich auch sehr, sehr schön, die Gegend. Und werde vielleicht auch mal meinen bisher stiefmütterlich behandelten Instagram-Account und ein bisschen befeuern, wenn es gelingt. Ja. Bleibt dabei. Ich nehme euch mit auf mein Abenteuer. Bis dahin. Macht's gut.